Hallo, ich bin's wieder, der Steffen. Jetzt geht's los, wir wollten uns noch an den Scheißviechern rächen, weil sie die Air-Zwo- Ich bin ein Idiot. Ich wollte das hacken, aber natürlich habe ich da Gegengau mit Nahkampf. Sie haben die Air-Zwo-Einheit kaputt gemacht und vorher damit sogar rumgespielt, das geht gar nicht, also wollten wir uns mal schnell rächen. Und nebenbei noch Serve befreien. Habe ich das jetzt aufgenommen? Oh, nö. Okay, sie haben die Geschürze hier aktiviert. Wir haben nicht unbegrenzt Sniper-Munition hier. So, schön nachladen nochmal. Hier haben wir unseren Shotgun. Was ist das da hinten? Das ist ein Geschütz. Oh, das sieht lustig aus. Das ist ein geiles Teil. Ey, wie dann braucht das Teil auf einen Tradoschana zu killen? Mein Geschmack braucht das Ding zu lange. Und diese blöden Ruinen sind so manövrierfähig. Du bist ein guter Kerl, ne? Ich mag dich. Du bist toll. Ich will aufsteigen. Darf ich nicht aufsteigen? Ah ne, mit elf mach ich das nicht mehr. Kleine Zeit und elf. Hey, hat er doch überlebt? Junge, bist du wieder aufgestanden? Ja, ich weiß, ich mag dich auch. Wenn wir uns in den Weg stellen, dann macht er lustige Dinge, wir an uns hängen bleiben. Hey, der lenkt sogar in eine andere Richtung. Das finde ich cool. Snapper-Munition, das ist schön. So Junge, du gehst hier rein. Man that turret. Man that turret. Hier sehen wir wieder, dass sich das Ding ungesund dreht. Jetzt können wir sehen, ob wir... Hier, wir können die locken. Komm her. Jetzt wird der gleich anfangen zu schießen, wenn wir in die Ecke kommen. Mädels. Schießt der jetzt? Der schießt gar nicht. Ach, du sollst... Der hätte ja das Messer komplett durch den Heiz geraut. Ach du Schande. Ne, der ist ja gar nicht reingegangen. Ist auch egal. Komm mal mit. So. Wir wollen auch noch ein bisschen Eindruck machen. Deswegen... Wollen wir gleich mal gehen, wenn Schmack ist. Oh, er hofft dich zu verletzen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich den damit fast umgebracht. Ihr werdet meinen Zef nicht kriegen. Ja, aber ich bin... Ja, guck mal, ob ich das weiß. Wo war denn der letzte Typ? Ich glaube, die müssen wir noch aus irgendeiner Zelle befreien. Okay, kommen wir. Die Blizzards thought they could get the ship's update out of me. Es ist all right, Commander. Ihr seid dann. Good. Ich habe mehr Blizzards zu töten. Ich denke, sie haben 6-2 holen in den Detention Block. Dann wir besser kommen da, bevor die Scali starten auf sie. auf sie am stärker ... Ich habe die Eleoidation. Ich habe eine nouvelle kleine Megaussion. Ich habe sie gerade verletziert. Super cool. Das 애 Specifically Clip aus. Opa ... Wo ist die Waffe? Ist die das? Ich glaube, das ist nicht so viel. Ja, hier hat es einen neuen Schuss. Das ist gut. Das ist viel. Das ist mehr als das letzte Mal. Das war nur 149. So, Jungs. Dann mal weiter. Jailbreak. Oh, mein Computer-Lüfter, der legt wieder los hier. Gut, wenn hier so ein Ding ist, dann sollte man das auch benutzen. Dann sind wir mal rum. Hier, guck mal, wie toll er das da durchhält. Wow, hier, die haben dagegen geschossen. Der macht die eh tot, darum müssen wir jetzt keine Sorgen machen. Boah, meine Herren, was ein Schütze. So, dich können wir eigentlich von hier abziehen, prinzipiell. Wie geil das aussieht, wenn er so ein Manöver macht. So eine blöde Mine. Ach, die ist uns egal. Ja, geil. Werfen wir Black-Manate zu den Rüden. Hier ist alles scheiße. Erstmal hier heilen. Da wird er doch wieder... Hoffentlich nehmen die Seth und 4-0 nicht so auseinander. Gut, kommt mal her, Leute. Da war ein Geschütz. Ja, geil. Das sind noch neun Schüsse in den Magazin und der muss nachladen. Boah, jetzt müssen wir noch mal länger nachladen. Gut. Da war noch eins, oder? Ja. Hm. Sehr schön. So, Leute, was macht ihr? Seid ihr schon von alleine weitergegangen, oder? Ja, die wissen schon ganz genau, wo sie hin sollen. Ah, die wissen sie nicht. Wo müssen wir hin? Wir haben keine genaue Anzeige, wo wir hin sollen. Und das flimmert hier. Ich will hier weg. Kann man hier. Was bringt es? Aber nicht viel, wenn wir wieder hochgehen. Das weiß ich jetzt schon. Wo müssen wir hin? Ja, hier glaube ich sind wir richtig. Was im Eck ist das? Was ist denn? Komisches Zeug, was hier rauskommt, ey. Yay, aus den Luftflugschächten kommt's. Gas. Was sind die Dinger klein? Im Verhältnis dem. Die Dinger sind ja wirklich sehr klein. Macht ihr den jetzt tot? Nö. Quietly, ganz quietly. Aber auch so laut zu sein, wir versuchen hier quietly in zu go. Gut, rein. Aua, da wurde eine Miene. Gut. Solange die das nicht hacken, sind die Geschütze auf unserer Seite. Okay. Ich mag euch nicht. Ihr seid blöd. Ich mag euch nicht. Ihr seid blöd. Komm mit. Okay, das war keine Miene. Hey, dude. Da, haben wir ihn. Komm, lebe. Oh Gott, lebe. Ist okay? Okay. Hast du die Daten? Ja. Ja, sie suchen mich, aber ich habe die Daten ziemlich gut. Okay, der hatte auch irgendwelches Datenzeug gedownloadet aus diesen Datenkernen, was wir auch gemacht haben und er hat gefragt, ja, wo hast du die, wo hast du die Daten? Und dann meinte er, ja, ich habe sie, sie haben sie nicht gefunden, ich habe sie ziemlich gut versteckt. Und dann meinte hier, Boss, also ich, ja, wo genau? Und dann meinte er, das möchtest du gar nicht wissen. Also, da könnt ihr euch jetzt was reininterpretieren, was irgendwie lustig ist. Gut, das ist hier mit. Hier können wir nicht rein, nehme ich an. Die können wir nicht kaputt machen. So Toderstern-Like immer in so einen Müllschacht reinspringen. Das blinkt wieder wie Sau, das stört mich. Ähm, ach, hier sollen wir rein. Okay, das Schrottgewehr ist in diesem Fall ein Schrottgewehr, weil ich mag die nicht, weil es gegen die Drohien so gut wie gar nichts macht. Ich meine, das ist jetzt nicht so viel. Achtung! Hör auf dich zu verletzen. Ja, ich weiß, das ist meine Schuld. Ich bin der Dumme. Und rein. Tactical supremacy. Nein, wir sind alle noch verletzt. Okay, können wir uns irgendwie irgendwo hier Nein, 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 nein. So. So. Ey, du spinnsvoll. Ey, komm man, kann ich meinen Jungs irgendwo ein bisschen heilen? Wie sagen wir, keine Minimap hier oder so? Das wäre doch was Gutes. Dann könnte man mal gucken, wo ist der nächste? Naja. Ja, es ist ja schon einfach, es ist schon realistisch. Also, hier, hier können wir euch heilen. 6, oh, du als erstes. Ich heige das mal. So, die sind alle geheilt und wir haben das hier fast gehackt, das ist super. Sag mal los. Du bist hässlich. Du auch. Und du sowieso. Ich habe gesagt, du bist hässlich. Die Geschütze sehen feindlich aus. Ich frage mich, wieso die nicht schießen. Naja, ich höre am besten auf, mich zu wundern und mache sie kaputt. Oder können wir die hacken? Das wäre doch gut. Vielleicht können wir sie auf der anderen Seite der Tür hacken. Okay, gehen wir rein mit Explosion. Du bist hässlich. Das war eine Miene. Nein, ja. Eiu. Ah, Sportverletzung, verdammt. Ich habe meine Knie angeknackst heute. Ich habe das irgendwie so gegen den Schreibtisch gedrückt. Das tat weh. Ah, das ist voll dick, ey. Wieso bin ich so verletzt? Ah, das sind noch mehr. Technisch gesehen könnte ich... Ah, die haben sie schon kaputt gemacht. Das ist schön. Ihr seid alle verletzt. Das ist nicht schön. Oh, meine Festplatte ist voll gleich voll, ey. Bei den Fraps verbraucht pro Sekunde 25 MB und Speicher. Da ist ein so ein Video, was ich mache in 15 Minuten schon mal locker 40 GB groß. 25 MB pro Sekunde ist das viel. Naja, in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das nächste Mal wird hier schon die Tür kaputt gemacht und hoffe dann bis zum nächsten Mal.